Ich tue noch ein paar Arme. Jetzt gibt es einer mit Kau. Es sind ja Kau, Kau. Ja, aber es gibt noch die, die direkt sind. Jetzt haben wir einen Lappen. Jetzt musst du uns das auch präsentieren. Du musst einfach sagen, 5 Minuten, oder? Es hat eine ganz große Bolle. Ja, ja. Ich brauche da noch ein bisschen. 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 Das ist echt ein riesige Dicke, die Frau. Go, 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 go. Ich weiß nicht, ob wir einen Kommi verflucht haben. Ich habe auch noch ein bisschen. Ich brauche das schon für uns. Ich brauche da noch ein bisschen. Schumachuk. Paparazzi. Ich brauche das schon. Ich brauche das schon. Ich brauche das schon.